Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein, The New Order. Ach verdammt, der arme Max. Und Klaus. Also Captain, wir haben noch einen Hubschrauber im Hangar. Sehen Sie sich beeilt, können wir ihn uns schnappen und unsere Leute befreien. Kommen Sie, schnell. Ja, wir holen sie alle raus. Ich sag euch das. Die werden wir alle erledigen. Das Regime. Ist da nicht Jay drin? Ja, ne? Ja, das ist Jay. Oh Gott, oh. Du dreckst viel. Oh, dieses Dreck viel, ne? Oh oh. Oh super. Die war ja clever. Au, au, au. Boah. Verplatzt. Jetzt sehe ich mal Strom, ne, ne? Kein Strom. Kein Strom. Oh Gott, ich muss die anderen retten. Komm schon. Hoch. Zeh, gar nicht mal. Oh, bist du Schwein. Ich glaub, der ist tot. Oh, wie gut. Ne Maske. Das ist ne Maske. Oh, diese Drecksäcke, ne? Die haben alle getötet oder verschleppt, soweit es ging. Okay, jetzt. Jetzt nochmal ein Albtraum ist, glaub ich. Ah, genau. Okay, ich erinnere mich. Jetzt kann ich... Also hier durch zum Hangar. Und... Äh. Au. Das ist Jay. Hab sie kommen hören, Mann. Bin echt richtig froh, sie wiederzusehen. Blonder Patrioten, Marine, Mann. Sie sind echt der einzige Gitarrenspieler, den ich kenne, Mann. Ich muss weiter. Wild und Caroline finden. Wollen sie nicht mitkommen? Ich fühl mich hier wohl. Sie mich in die Enge getrieben. Danke fürs Angebot, aber ich bin schon mein ganzes Leben auf der Flucht. Ich hab die Stille echt satt. Schon klar, wenn ich tot bin, ist es bis zum Ende der Zeit still. Aber... Dieser Moment... Genau jetzt... wird dafür mächtig laut. Komm, komm. Mach hin, Mann! Komm, komm. Mal hin, Mann! Komm, komm! Boah, diese Penner, der war ein Musiker, kein Kämpfer, ein Künstler. Boah, ihr Schweider, einfach so Jay töten, das geht mal gar nicht, Kinder. Oh Mann, ja ich will da nicht runter, au. Oh, die sind die ganzen Dicken unterwegs und die Kleinen, die auch nervig sind. Oh Mann, wie komme ich jetzt da vorbei? Den Medischock hebe ich mir mal lieber auf. Das hat nicht mehr so viel Saft. Kinder, das wird, zwei von diesen Riesentypen da. Ich glaube nicht, dass das jetzt angenehm wird. Kriegt doch. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich stirb. Oh, Kacke. Wie viel denn noch von euch? Ihr Schnitzelgesichter. Oh. Wow, ich habe mich gerade selbst get... Ich bin so ein Idiot. Ja, durchs Geländer schießen, das funktioniert nicht so ganz mit Raketen. Ach Mann. Oh, diese Schweine. Ich habe gerade so ein bisschen Wut, weil sie Jay getötet haben. Der wollte doch nichts. Der hat, glaube ich, noch nicht mal... Also, wir haben noch nicht einmal gesehen, dass er jemanden abgeknallt hat im Spiel, oder? Ach, ihr Penner. Ich muss nämlich noch dazu sagen, das wusste ich nicht. Es gab noch eine Sequenz mit Jay. Wenn man sich das Ding baut, was auf seinem Berg... Auf der Bergband eben dieses... Ja, man konnte sich so eine Statue basteln. Und das habe ich leider verpasst, weil... Ich habe mir dieses eine Rüstungs-Upgrade nicht geholt. Da hatten die beiden so eine kleine Szene und da hat ihn erst beschuldigt, dass er... Ja, oh. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Dass er ja quasi auch so einer wäre, von denen, die Freiheit bringen wollten. Dabei war es dann wirklich nur... Auch so ein Faschist, kann man sagen. Also, so hat er es dargestellt, aber dann hat sich da wohl doch so eine Freundschaft draus entwickelt ein bisschen. Nein! Dankeschön. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nicht, Freunde. Ihr seid solche Arschgeigen. Wie viele sind denn noch hier? Oh Gott, wie der mich runterschießt. Ach man. Das ist echt eine schwere Stelle hier, muss man sagen. Richtig schwer, Kinder. Keiner sein, dass ich auswählen auf die höchste Schwierigkeit gegangen bin. Ich weiß es nicht. Weil ich habe die ganzen Kapitel nachgeholt und habe ja, wie gesagt, alle Secrets geholt. Klopp. Klopp. Möchte ich überhaupt hin? Da oben rein vielleicht? Ich muss, glaube ich, einfach die Positionen wechseln, wenn der Kerl ein bisschen aggressiv wird. Wow, der ist schon futsch. Warum ist das so schnell? Weil Überraschung und so weiter. Ah, du. Schleine Bagger. Der hat mich zweimal getroffen. Okay. Jetzt kommt sie. Jetzt muss ich einfach durchrennen, sobald die erste Welle. Aber ich mache gleich beide kalt von diesen hässlichen Riesentypen. Das ist nicht so einfach. Das ist sogar recht schwer hier. Was... Ich denke, die ganze Zeit, das Spiel ist so leicht. Nee, nee. Ich glaube trotzdem, ich sollte beim Dingenskirchen bleiben hier, bei meinem Laserkraftwerk. Wenn der Dicke nicht wäre. Ja. Okay, jetzt habe ich es wohl. Ach, komm schon. Ich muss immer ein Auge drauf haben, wann der Typ kommt. Mit seiner Schrotflinte ist er nämlich auch ganz schön heftig vom Einheitsfaktor. Was ist das Schwein? Kannst du dich jetzt ernsthaft gewesen sein? Ach, das war eine super, super Soldatenmaske, die ich da aufgehoben habe. Dacht schon. Jetzt kommt der gar nicht. Schaut es euch an. Ist ja lustig. Jetzt könnte ich aber auch leider die Knarre hier nicht mitnehmen, weil die lässt er ja fallen beim Leitern. Ah. Echt blöd. Oh Gott. Und an die haben sie auch verschleppt, die Schweinebären. Das ist so ruhig, oder? Also dafür ist die gerade nicht wahr. Oh ja. Ja. Na klar. Oh, sie ist so gut. Caroline ist die Beste. Habe ich das schon mal gesagt? Oh. Oh, scheiße. Äh, Captain. Ich habe hier ein kleines Hundeproblem. Können Sie mir aushelfen? Ja klar. Ja. Oh, nicht schweißen. Oh Gott. Herzlichen Dank, Cap. Ich komme jetzt raus. Das ist schön, Wyatt. Wir haben noch einen Heli. Das sehe ich ganz genauso, Caroline. Sie ist super. Vor allem mit dem Anzug. Die Einfrauarmee. Du bist ein Junge. Weißt du das? So ein guter Junge. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Hab keine Angst. Wir sind alle allein. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt musst du aufhören zu weinen. Und anfangen zu kämpfen. Mox. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Die Kraft. Und die Stärke in dir. Mox. Mox. Haus. Haus. Mox. Haus. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge. Das ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wo man eigentlich kämpft. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopf's Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Der richtige Moment ist dabei entscheidend. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes. Wir nähern uns unter Wasser. Tauchen erst kurz vor der Basis auf. Sie zerstören die Außenmauer mit der Kanone und dringen in die Basis ein, so schnell wie sie nur können. Nun, sie werden das Feuer erwidern. Deshalb müssen wir schnell abtauchen, um größere Schäden zu vermeiden. Dann bringen wir das Boot auf sichere Entfernung. Wenn sie drin sind, dringen sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien sie die Gefangenen. Wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf. Zünden die Atombomben. Ebenen alles ein. Wegen Totenkopf vom Erdboden. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Wegen Totenkopf vom Erdboden. Oh. Weißt du nicht, Atombomben ist das so eine gute Idee, ja? Halt dich für keine gute Idee. In der schwebende Helm. Da machen wir sich wohl raus, ja? Hä? Hä? Wo muss ich denn hin, bitte? Das stand aber so nicht im Arbeitsvertrag. Wo bin ich denn? Ach, hier. Na gut. Erstmal durch die Druckschleuse vielleicht. Ein Wasserschloss. Ja. Vorsicht auf dem Weg zur Kanone. Wir machen schnelle Fahrt und die Strömung dürfte ziemlich stark sein. Oh ja, ich bewege mich übrigens mit Sprint. Sekunde Cap, mache das Geschütz bereit. Boah, diese Dinger, die sind echt fies gefährlich. 100 Meter. 100 Meter. 100 Meter. 50 Meter. Das wird ihnen gar nicht gefallen. Das ist so krass, dieses Ding von den Dati Shoot. Oh, ist da gleich was? Guck mal. Goldener Spatel. Oder? Ne. Wo ist das jetzt? Achso, ich habe übrigens noch ein bisschen was freigeschaltet hier. Jetzt haben wir es doch. Goldener Spatel. Nicht Spatel. Spatel. Okay. Anja, ich komm dich holen. Terroristen, Parasiten, wollen sie ihresgleichen befreien? Nun, wir werden... Willkommen in Rapture. Füße in diese Hallen setzen. Vergessen sie nicht, dass sie sich einer Zivilisation entgegenstellen, die alle anderen übertrifft. Denken sie daran, wenn ich die Maschinen-Menschen loslasse. Ja, ja, mach du mal, die kenne ich schon. Weißt du, wie man mit denen umgeht, so ungefähr, zumindest. Aber ganz kurz. Oh. Oh, es gibt vier Schätze, also insgesamt, und noch drei Enigma-Codes, das sind übrigens da die letzten. Ich habe ja, wie gesagt, schon alles aufgesammelt. Wirklich. Also, ich bin zurück und habe die anderen Level nochmal gespielt. Ganz kurz. Ich weiß es. Ich will jetzt nicht die Stimmung killen, indem ich da wieder verzweifelt suche, sondern... Ja, hier seht ihr es, ich habe alle Rüstungen, ich habe die ganzen Aufnahmen, ja. Ähm, wo sind denn jetzt die Enigma-Codes? Alle. Achso, hier sieht man es ja. Ich habe alle soweit. Hier fehlen noch drei, dann habe ich alle Codes. Und dann zeige ich natürlich noch den Bonus-Part. Beziehungsweise werde ich es noch direkt dran packen an den letzten Part. Und danach Old Blood sofort spielen. Das wurde jetzt schon mehrfach gefragt. Aber ich sage ja, der DLC kommt auf jeden Fall. Beziehungsweise ist das hier, glaube ich, sogar ein Standalone. Ich bin bei Ihnen zu Hause, General. Wird heute also Geschichte geschrieben. Ja, ich glaube, da hat schon ein bisschen Angst. Deswegen macht er jetzt so große Töne und sagt, höh. Ja, schick deine Hunde. Ist gut. Ich mache euch alle kalt, ja. Alle. Erstmal Doppel-Laser, weil das mögt ihr bestimmt. Muss ich euch unbedingt mal gezeigt haben. Es ist wunderschön. Ja, ja. Kack, sagt er was. Ja, ja, kommen wir nur. Mhm. Hast du noch mehr? Totenkopf. Hast du noch mehr? Hast du ja? Ich sehe es gerade. Noch mehr. Noch mehr. Ich bin hier beim Matrix, wenn sie, oh, dieses Hauptquartier stürmen. Oh, habe ich dich etwa erwischt, mein Freund, das tut mir aber leid. Oh, ist hier noch was versteckt, was schön ist, ja? Wüstung. Wüstung. Oh. Ein Enigma-Code. Habe ich mir gewünscht. Ich glaube, ich habe jetzt hier erstmal alles mit Blödmänner. Und die glauben echt ernsthaft, dass es eine gute Idee war, uns Anja zu entführen. Als Druckmittel. Ich glaube, wir müssen denen mal zeigen, wie es aussieht, wenn man Druck macht. Alleine. Als Ein-Mann-Armee. So. Muss man schön laden. Die Doppellaser sind natürlich das coolste einfach. Ich finde die machen auch ganz schön Wumms. Ja. Sind auch wir noch nie eigentlich. Oh, es geht noch. Wow. Das ist uncool. Warte mal, am besten kommt man denen ja bei, wenn man sowas hier macht. Was der Scheiße ist, ne? Wir sind befreit vom dreckigen Parasit. Müssen nicht länger seinen watschenden Gang ertragen. Und sein hässliches Gesicht. Ach, der Richtige, ne? Totenkopf. General Strasser auf Totenkopf genannt ist ein talentierter und ehrgeiziger Forscher, die die Abteilung Spezialprojekte des Regimes leitet. Ohne auch nur die geringsten moralischen Skrupel waren es die Experimente des Generals mit neuen Technologien, die der Kriegsmaschinerie des Regimes den entscheidenden Vorteil brachten. Die gewannen den Krieg und unterjochten die Welt. Während des Krieges wäre Totenkopf beinahe bei einem Zeppelinabsturz ums Leben gekommen. Ja, schade eigentlich, ne? Die Nachtoderfahrung gab ihm einen völlig neuen Blick auf das Leben. Daher genießt er es nur in vollen Zügen. Naja, solange es noch geht eben jetzt, ne? Ja, gut. Wird ich auch nicht mehr langen Straße, ja? Da sind wir uns hoffentlich einig. Warte, da ist noch ein Räumchen. Den habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist hier noch was drin. Ich hoffe ja immer wieder auf die Enigma-Codes, dass ich die jetzt alle finde. Das wäre nämlich echt doof, wenn ich einen übersehe. Da ich leider auch keine Karte habe, wo die liegen. Wird ja gar nicht fies aus, was? Die Stärke des Stahls in unseren Herzen. Das steht sogar überall. Ne. Leerspitze Biotechnik. Starker Stahl, doch. Starkes Herz, starker Stahl. Oder umgekehrt. Wow. 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 Wieso? Wär mutig hier Penner. Ah, was ist! Wieso? Das ist ein bisschen wie so ein Sturmtrupp. Die treffen nicht mal wirklich. Oh Gott, ich bin gleich tot. Uh. Erstmal ein bisschen aus der Schusslinie bringen hier. Wir wissen gar nicht mehr, wo ich bin jetzt wahrscheinlich. Wo ich aber nicht sehr viel leben. Oh, das war schon richtig so. Oh shit, da sitzt er. Wann wissen die schon, wo ich bin? Kommt euch da durch ein Loch schweiße. Oh, ich hab keinen Schuss mehr. Okay, stimmt ja. Mist. Ist mal schön den Arsch weggeballert, so mag ich das. Oh oh. Was mach ich denn? Ich war das hier und dann wechseln schnell. Oh. Fehlt noch ein Stückchen nachher jetzt. Da warten sie jetzt bestimmt auch schon wieder, hm? Wie viele Soldaten sie auch töten. Wie viel Beton sie auch zerstören. Sie werden mein Erbe niemals beschmutzen. Ich habe ein neues Zeitalter eingeläutet. Ein Zeitalter der Vernunft. Ja, ja. Der blöden Männer meint er. Der blöden Männer. Sie folgen nur ihrer primitiven Wut. Vergleichbar mit einem Gorilla im Dschungel, der sich auf die Brust trommelt. Nur weit weniger imposant. Ach du, glaub mir mal. Ich bin viel imposanter, als du denkst. Zeig ich dir gerne persönlich. Ach. Ich hab ein bisschen mehr Saft, der Kram. Ich hoffe nicht, dass ich hier noch ein Geheimnis verstecke. Da wäre ich ein bisschen traurig. Das Tür vielleicht nicht noch öffnen. Wir werden ja mit dem Knopf hier sogar. Oh. Tatsächlich. Ich hab mir jetzt bestimmt wieder so ganz freche Kerl und wollte mich ärgern, ja. Ich erinnere euch doch schon. Oh, ja. Zieh durch. Zieh durch. Den hab ich. Was habt ihr gesagt? Ich hab's leider nicht ganz verstanden. Können wir das nochmal wiederholen? Hier kommt ein bisschen schlecht. Das ist so laut Geballer hier. Weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber... Machen wir eure Bude kaputt. Und jetzt? Nee. Freut, so andersrum. Oh Gott. Ja. Ja, ich brauchst noch was anderes. Neue Visage vielleicht. Related sind was? Glück hast du nicht mehr ausreden können. Oh Gott. Das ist eine Schrumpflitte. Äh, Basuka mein ich. Oh nein. Oh. Ich glaub, der hat noch nicht genug, oder? Oh doch, hat er. Schade, dass die so schnell das Interesse verlieren, die jungen Männer. Die jungen Herrschaft hin. Ein bisschen nachladen hier alles. Die hab ich ja leider schon... Oh, die hab ich auch voll. Die hab ich ja gar nicht benutzt. Oh, du mit deiner scheiß Schrotflinte, ne? Ich find das... Oh! Wow! Wie ich halt erstmal nichts machen konnte, weil diese doofe Waffe die ganze Zeit zuklappen musste. Na gut, aber ich glaub, das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, um hier den Part zu beenden. Keine Angst, Kinder. Blasco lebt noch. Gleich geht's weiter. Mit der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu Wolfenstein. The New Order. Bis dann. Wir sehen uns wieder.